Herzlich Willkommen zu Digital Upgrade, dem Video-Podcast mit Tipps, Tricks und News zu Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux, vielen Freeware- und Open-Source-Vorstellungen, sowie der neuesten Unterhaltungselektronik. Und jetzt viel Spaß bei Digital Upgrade. Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Show von Digital Upgrade. Ich bin der Basti. Und ich bin der Tino. Ja, wie gesagt, die fünfte Show. Und ja, erstmal herzlichen Dank und Respekt, dass ihr so lange durchgehalten habt, weil wir hatten da schon manche großen Brocken drin. Wir werden uns diesmal versuchen, etwas kürzer zu halten. Ja, was gibt es sonst zur Show zu sagen? Ja, als allererstes wollen wir mal sagen, erstmal vielen Dank für alle, die uns anschauen. Wir sind mittlerweile nicht nur Regionalcenter, also auch über unseren Familienkreis hinaus haben wir es geschafft. Und wie haben wir das festgestellt? Wir haben schon vor einiger Zeit auf unserer Homepage, merken, www.digitalupgrade.de, wer es noch nicht geschafft hat, da hin zu surfen, mal nachholen, einen Link zu Frapper angebracht. Und jetzt fragen sich einige, Frapper, das habe ich ja noch nie gehört, hört sich an, wie was zu trinken. Nein, ist es nicht. Das ist eine Art Karte, auf der kann man anschauen, wer schaut sich denn Digital Upgrade an. Wir haben mittlerweile jetzt sogar einige Einträge und es freut uns, dass wir auch Einträge aus Österreich und der Schweiz haben, aus dem Norden Deutschlands. Und mittlerweile haben wir sogar einen Eintrag aus Japan, aus Osaka. Wow. Also ist nicht jeder, der automatisch hier den Podcast abonniert oder anschaut, wird da nicht eingetragen, nicht automatisch eingetragen, sondern es ist von Nöten, dass derjenige, der sich dort eintragen will, einfach auf unsere Seite geht, auf den Link zur Frapper klickt und dann einfach sagt, ich wohne hier und da, wird eingetragen. Und dann scheint so ein kleiner Pfeil, irgendwas auf der Karte und man kann sehen, wo ihr seid. Also wir haben bisher ungefähr 16, 17 Leute da, aber schön, wenn sich noch ein paar anmelden oder was heißt anmelden, sich ein paar Eintragen, dass man einfach sehen kann, wo ihr her seid und ja, ist halt für uns interessant, vielleicht für euch auch interessant. Aber das ist nicht alles, was wir zu unseren vorhergehenden Shows sagen wollen. Wir haben natürlich in der letzten Show, in der vierten Show, die wirklich super war, allein schon, wir wollen uns nicht selber. Ihr müsst es selber herausfinden und es lohnt sich auch für euch selber herauszufinden, denn wir haben in der letzten Show ein, sagen wir mal, ein Gewinnspiel oder eine Verlosung begonnen. Richtig, ja. Und zwar, wir hatten ja das Thema E-Mail-Verschlüsselung und wir hatten die Aktion gestartet, die ersten 40, die uns eine E-Mail schreiben und zwar, die A verschlüsselt ist, B, den Betreff Anstecker haben. Und C, an die richtige E-Mail-Adresse. Richtig, an info.digitalabgelt.de und natürlich, wo Name und Adresse drinstehen, also wie gesagt, die ersten 40, das mal 10, bekommen ein Podcast-Logo Anstecker zugeschickt. Also so ein Pin, den man sich an die Klamotten oder an die Tasche stecken kann. Ja, sieht ganz nett aus, kann man auf jeden Fall brauchen und ja, der halt drauf steht. Und es lohnt sich nicht nur wegen dem Anstecker, sondern es lohnt sich auch grundsätzlich wegen der Sicherheit, die man dazu gewinnt. Also so schaut es aus. Das muss man auf jeden Fall gesagt haben. Also schau euch nochmal die Show Nummer 4 an, da wird alles nochmal genau beschrieben, mit Text, der im Bild drin rumfliegt. Ja, schau es euch an, lohnt sich. Aber genug in Erinnerungen geschwellt. Wir haben natürlich auch eine Show vorbereitet für euch. Ihr werdet es gar nicht gemerkt haben, aber sie hat schon begonnen. Wir sind ja mitten dabei. Und zwar, wir haben auch ein richtig tolles Thema dieses Mal und das Thema ist? Genau, das Thema ist Web 2.0. Und jetzt werden einige von euch sagen, wow, Web 2, das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Was kann ich damit machen? Wo kann ich das downloaden? Wo muss ich das installieren? Geht das auf meinem Macintosh auch? Kann ich es bei Apple? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, nein. Zu all diesen, nein. Web 2.0 kann man nicht installieren. Das ist schon längst da. Und es ist eigentlich nicht mehr installiert. Web 2.0 ist jetzt eigentlich nichts Neues, sagen wir es mal im Endeffekt so. Web 2.0 sind Internetanwendungen, die im Gegensatz zu den bisherigen Internetanwendungen mehr Dynamik in die ganze Sache reinbringen. Also die sich dann mehr anfühlen wie eine Desktop-Applikation. Also es werden Teile des Inhalts nachgeladen und es wird nicht mal die ganzen Seiten nachgeladen. Die Technologie, die meistens dahinter steht, nennt sich Ajax und ist sehr im Kommen. Und es gibt halt jetzt auch sehr viele Applikationen dazu. Und ein paar wollen wir euch natürlich in dieser Show vorstellen. Wir haben natürlich selektieren müssen. Klar, es gibt dann eine große Anzahl. Wir haben mal ein paar Populäre, die wir eigentlich auch häufig benutzen. Wollten wir euch mal vorstellen. Und wir haben uns gedacht, Mensch, so eine Homepage designen, das ist für den einen oder anderen vielleicht zu schwer. Oder der eine oder andere hat einfach zu wenig Zeit. Und da hat sich Google gedacht, Mensch, wir stellen mal eine Plattform ins Netz, wo jeder seine Personal Homepage selber machen kann. Und zwar Pages. Außerdem haben wir die, sagen wir mal, Startseite oder das Portal Netvibes, in dem man sehr viele Web 2.0-Dienste und Applikationen auf einer Seite praktisch zusammenfassen kann. Dann haben wir uns noch überlegt, ich habe letzte Woche schon gesehen, es gibt Kalender, die kann man mitnehmen. Es gibt Kalender, die sind in Taschenform. Und es gibt sogar Kalender, die sind im Internet. Und das ist sehr praktisch. Und wir haben uns gedacht, Mensch, ein Kalender, dem man überall zugreifen kann, ist doch eine tolle Sache. Vor allem ist es auch eine Web 2.0-Applikation. Kommt auch von Google. Zeigen wir euch auch. Genau. Außerdem haben wir noch das Web Office Paket Rightly im Paket, mit dem ihr die wichtigsten Office Aufgaben auch direkt im Web machen könnt. Ja, und dann, um es nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, haben wir unseren Weekly, also Another Show, Another Firefox Plugin, haben wir uns auch mal wieder was Tolles ausgesucht. Genau, lasst euch da überraschen. Ich denke, wir steigen gleich mal ein mit Google Pages. Wie bereits angekündigt, zeige ich euch heute Google Pages. Dazu gehen wir auf www.googlepages.com und wir sehen hier direkt unseren Google Account Sign-In. Im Endeffekt braucht man einen Gmail Account, und da kann man sich hier einen Gmail Account holen. Ich logge mich direkt ein und schon bin ich drin. So, diese Seite, also wo immer Homepage dahinter steht, das ist die Hauptseite und die ist automatisch angelegt. Wenn ich jetzt zusätzlich Seiten anlegen möchte in Google Pages, gehe ich einfach auf Create New Page, die nenne ich zum Beispiel Digital Upgrade. Drücke Enter oder Create and Edit und die Seite wird angelegt und mir direkt angezeigt. Ich kann jetzt erstmal das Layout der Seite ändern. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte sie wie die DigitalUpgrade.de mit dem Links im Content-Bereich, rechts einer Sidebar und oben an der Titelleiste haben, nehme ich zum Beispiel das. Ich kann auch die anderen Layouts auswählen, wie ich mir das vorstelle. So, ich klicke das an und es wird direkt übernommen. Wenn ich jetzt sage, ja, dieser blau-grüne Look gefällt mir nicht, gehe ich auf Change Look und bekomme jetzt eine große Auswahl von verschiedenen Looks angezeigt, die alle recht gut aussehen und ich kann sie mit einem einfachen Klick auf Select auch auswählen. Das wird mir direkt in den Page Manager, in den Page Creator, reingeladen und als Überschrift können wir schon sehen, als Überschrift wird die Seite, der Name der Seite genutzt. Das möchte ich ändern. Ich möchte stattdessen dort ein Bild einfügen. Dazu gehe ich auf Image und kann dieses jetzt hochladen. Ich gehe auf Durchsuchen, wähle mir das Logo aus und das Logo wird hochgeladen. Ich sehe hier schon das Digital Upgrade Logo und wenn ich es hier angeklickt habe, unten sage Add Image, wird es auch direkt hinzugefügt. Man kann jetzt zwischen verschiedenen Größen wählen, Small, Medium, Large und Original Size. Bei Original Size werden etwaige PNG-Transparenzen mit übernommen. Beim Skalieren können diese nicht mit skaliert werden. Deswegen ist es sinnvoll, sich die Grafiken vorher in der Größe vorzubereiten. in der man sie einfügen möchte. So, ich kann jetzt noch einen Subheader eingeben. Das tue ich gerade mal. Und Content ist natürlich immer besonders wichtig. Ohne Content ist eine Seite eigentlich nichts wert. Genauso sieht es mit der Sidebar aus. Die muss natürlich auch mit Content befüllt werden. Und jetzt könnte ich hier noch ein Footer eingeben, das möchte ich aber nicht. Jetzt gehe ich zurück zu meinem Seitenmanager. Ich sehe, die Seite wird mir hier angezeigt. Nachdem ich den Titel vorhin gelöscht habe, hat diese Seite hier keinen Titel mehr. Das könnte ich natürlich ändern, indem ich hier oben einfach wieder was eingebe. Dann würde das als Titel übernommen werden. Da ich jetzt hier aber nur das Logo habe, belasse ich das mal dabei. Jetzt kann ich noch eine Seite anlegen. Nehme ich mal Test 2. Die lasse ich auch so. Ich mache hier Content rein. und mache hierzu Digital Upgrade. Ich markiere den Text und sage Link. Jetzt kann ich hier durch meine eigenen Seiten zum Beispiel scrollen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Link auf die Digital Upgrade Seite setzen will, die ich gerade vorhin erstellt habe, die natürlich keinen Titel hat, wie wir vorhin gesagt haben, klicke ich das hier an, sage OK und es wurde ein Link erstellt. Das so kann ich meine Seiten untereinander verlinken. Ich kann natürlich stattdessen, wie wir vorhin gesehen haben, auch externe Seiten, Dateien, die ich hochgeladen habe oder E-Mail-Adressen hinterlegen, wie ich es gerade gebrauche. Gehe zurück meinem Page Manager und zum Thema hochgeladene Dateien. Wir sehen hier schon hochgeladene Dateien, zum Beispiel das Logo. Ich kann hier weitere Dateien über Upload einfach hochladen. Ich gehe auf Durchsuchen, suche mir das raus und lade es hoch. Ich habe 100 MB Speicher, das reicht für die meisten privaten Homepages auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sage, OK, die Seite gefällt mir so, wie sie jetzt ist, kann ich sie entweder in der Vorschau ansehen, was mir ein extra Fenster öffnet. Ich werde nochmal darauf hingewiesen, dass es nur eine Vorschau ist und die Seite wird mir angezeigt. Wenn ich jetzt sage, ah, das ist super toll, alle Leute sollen es sehen, gehe ich einfach auf dem Button Publish, und die Seite ist online zu sehen. Angenommen, ich hätte jetzt ganz viele Seiten angelegt und möchte die alle auf einmal der Öffentlichkeit verfügbar machen, muss ich nicht bei jeder draufgehen und sagen Publish, sondern ich kann einfach sagen Publish all changes, hier rechts oben. Und schon sehen wir überall View on the Web. Wenn ich da draufklicke, wird die Seite wieder in einem extra Fenster angezeigt. Ich da draufklicke, komme ich zu meiner Digital Upgrade Seite. Wunderbar. Die Adresse zu meinen Seiten ist immer benutzername.googlepages.com. Wenn ich das eingebe, komme ich zu meiner Homepage. Wenn ich zum Beispiel jetzt zur Seite Test 2 kommen möchte, gebe ich ein schlingel.googlepages.com oder benutzername.googlepages.com slash Test 2. Dann, wir sehen das auch, wenn ich hier das nochmal anklick, Test 2. Alles immer klein geschrieben und wir kommen schon zu der Seite. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die man bei Googlepages wissen muss. Man kann natürlich auch Seiten wieder aus dem Web herausnehmen über Unpublish oder man kann sie Freunden per E-Mail weiterschicken. Man kann sich ein Duplikat anlegen, das heißt, man könnte sich zum Beispiel ein Template erstellen und dieses dann immer wieder duplizieren und mit Content füllen oder natürlich löschen. Das ist keine Frage. Da gehe ich einfach hin, mache mir zwei Häkchen rein, sage Delete, sage nochmal OK und die Seiten sind weg. Genau dasselbe kann ich genauso gut mit hochgeladenen Dateien machen. Zack und schon ist es gelöscht. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mit Googlepages ein bisschen herumzuspielen, meldet euch einfach mal an, probiert es aus. Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert für jeden, der sich nicht mit Dreamweaver oder ähnlichen Programmen auskennt. Es ist leicht, hier mit seiner Homepage zu gestalten, und man muss sich auf keinen Fall um irgendwelchen Webspace kümmern, da alles direkt auf den Google-Sorgern läuft. Soviel zum Thema Google Pages. Ein Tool, mit dem man virtuelle Realitäten schaffen kann. Ja, also ich würde ja sagen, dass... Oh, was ist denn hier los? Operator? Oh, scheiße, wir brauchen Ausgang. Oh mein Gott. Take care. Untertitelung. BR 2018 Mr. Anderson, schön, Sie heute hier zu treffen. Agent Smith, Sie heute hier? Ja, klar. Heute Mittag, 12 Uhr, hier, Showdown. Doch nicht heute. Morgen! Tschau! Oh, verdammt. Ein Fehler in der Matrix. Tja. Auf jeden Fall haben wir noch außer merkwürdigen Einspielern ein Portal vorbereitet, das man absolut personalisieren kann. Genau, also es ist ideal zum Beispiel als Startseite, man kann es sich halt einrichten und man kann sich eigene Dienste und eigene Leistungen wie RSS-Feeds oder sonstiges hinzufügen und bietet einem halt sehr viele Möglichkeiten, direkt vom Browser-Start weg im Endeffekt und man kann es halt von überall einsehen und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich über zu netvibes.com. Nun werde ich euch netvibes zeigen, auch eine Web 2.0 Anwendung, die man hervorragend personalisieren kann und eine super Startseite, wie ich finde, darstellt. Ich gebe dazu die URL natürlich ein, wir befinden uns wieder in irgendeinem Browser, völlig unrelevant. Netvibes.com Und wie wir sehen, kann man sich schon den ersten Eindruck von Netvibes erhaschen. Wenn man das hier sieht, das sind alles so kleine Fensterchen, man kann Bilder anschauen, man kann hier draufklicken, man kann diese Fenster berühren, man sieht, man kann etwas editieren und so weiter und so weiter. Aber was genau, wie auch hier, geben sie hier einen Titel ein, ist, man kann mehrere Seiten darstellen, man weiß aber noch nicht, was man damit machen soll. So, wir müssen uns natürlich erstmal einloggen unter irgendeinem Account. Gut, wir wissen ja noch nicht, wie geht das. Ich gehe hier neuen User anlegen, jetzt registrieren, da gebt ihr eure E-Mail-Adresse und euer Passwort ein. Das war's. Ich habe natürlich schon einen Account angelegt. Und wenn ich hier auf Einloggen gehe, gebe ich hier meine E-Mail-Adresse ein, tino.digitalupgrade.de und mein Passwort. Und ruckzuck bin ich auf meiner personalisierten Seite. Ihr seht, die ist jetzt, sieht genauso aus wie die Seite davor, nur das ist meine personalisierte Seite. Ich kann jetzt hier meinen Titel eingeben, zum Beispiel Tinos Startseite. Und das wird dann auch so bleiben, also diese Einstellungen, die ich hier einstelle, die bleiben einfach. Ich kann hier Websuche, ich kann das jetzt einfach, ich räume jetzt einfach mal auf, ich mag das alles nicht sehen. Ich mache alles weg und dann zeige ich euch, wie mache ich diese Fenster hier wieder rein. Also das interessiert mich alles nicht. Web-Notiz, völlig uninteressant. Bilder will ich auch nicht. So, wie ihr seht, geht das alles ruckzuck weg. Das ist jetzt wie wenn es so ein Grund geröst. Man nimmt Steinchen für Steinchen und baut das da rein. Ich kann hier auf Inhalt hinzufügen gehen. Und ich finde das immer ganz schön, wenn man irgendwie so eine Suchmaschine gleich auf seiner Startseite hat. Ich hatte lange Zeit den Google-Suche auf meiner Startseite und deswegen gehe ich hier auf Websuche und zack, hier zu meiner Seite hinzufügen. Er legt das automatisch in die Mitte. Ich sage, okay, das gefällt mir jetzt nicht so, ich möchte es lieber hier haben. Dann schiebe ich es einfach rüber und zack, bleibt es da. Ich finde es aber immer ganz schön in der Mitte. Jetzt kann ich noch mehr Inhalte hinzufügen. Was sage ich hier? Es gibt RSS-Feeds, kann ich hinzufügen. Ich kann eigene Feeds machen. Da muss ich natürlich vorher einstellen, indem ich ein Feet hinzufüge. Ich sage, Heise Online ist immer interessant. Ja, zu meiner Seite hinzufügen. Dann möchte ich das Wetter haben. Nicht Paris-Frankreich, finde ich doof. Ich komme ja aus München. Da gebe ich hier ein Munich und Temperatur in Celsius. Und die lokale Uhrzeit hätte ich auch gerne angezeigt. So, jetzt sehen wir hier, ich kann auswählen. Munich-Germany, wunderbar. Und auch zu meiner Seite hinzufügen. Er schmeißt jetzt einfach alles so rein. Was mag ich noch haben? Ich möchte hier noch meine Bookmarks. Oder wie wir vorhin gesehen haben, meine Aufgabenliste. Was muss ich noch machen? Etieren, kann ich alles nachher machen. So, ich habe jetzt einfach mal so ein paar Sachen da reingeschmissen. Und ihr seht ja, das geht ganz toll. Also man drückt einfach drauf und das funktioniert. Es wird auch laufend mehr. Man kann auch hier in das Screen-Panel, alles Mögliche. Ich finde immer ganz schön, viele RSS-Feeds auf der Seite zu haben. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Deswegen ja auch personalisieren. So, ich mache das jetzt hier wieder zu. Und jetzt verteile ich das einfach. Ich sage, die Aufgaben möchte ich hier. Dann möchte ich mal, wie das Wetter ist. Und dann möchte ich hier das Fensterchen da haben. Jetzt habt ihr auch, das ist ja klein geworden. Wie ist das klein geworden? Also man kann diese Fenster auch zumachen. Denn um zum Beispiel mehr. Wie man hier sieht, alle einklappen, alle ausklappen. Man kann hier viele, viele, viele Fenster dahin machen. Und kann sich dann halt den Content jederzeit anzeigen lassen, was einen halt interessiert. Aber hier bei Websuche, Google, Yahoo, Ice Rocket oder Wikipedia. Also das ist das eigentlich eine recht weit verbreitete Seite. Wir selber und Digital Upgrade, wir zwei benutzen sie auch. Wir haben da halt unsere Feeds. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie meine Seite ausschaut. Vielleicht ist das für euch interessant. Ich logge mich nochmal aus. Und logge mich unter einem anderen User ein. So, und wie ihr seht, hier ist meine Startseite. So sieht es bei mir aus. Ich habe meinen Google Kalender. Habt ihr vorhin schon mal. Das seht ihr nachher auch noch. Delicious habe ich drauf. Gleich eingebunden. Dann habe ich meine Webnotiz. Was muss ich noch machen? Und das könnt ihr natürlich auch so gestalten. Meine Bookmarks von der Uni. Die kann ich auch zumachen. Die gehe ich meistens zu. Und ja, viel Spaß dabei. Checkt es aus. Das ist wirklich eine tolle Seite. Und auf jeden Fall sehr nützlich. Gut, nachdem wir jetzt NetVibes ausführlich angeschaut haben. Und die eine oder andere auch interessante RSS-Feeds oder irgendwelche Applications in sein Desktop-Fenster geertet hat. Machen wir jetzt gleich einen kleinen Umbruch. Und wir schauen uns mal die Neuigkeiten an. Vielleicht hat der eine oder andere auch heiße schon in seinen NetVibes eingebunden. Der kann uns ja nachlesen. Genau. Also ab in die News. Die erste Meldung für heute ist Ubuntu Linux Dapper Drake. Die erste Beta ist erschienen für 6.06. Was gibt es noch? Also Linux-User können aufatmen. Pinguine sind nicht länger unter Naturschutz und auch nicht vom Aussterben betrug. Denn Ubuntu hat hier seine neue Version herausgebracht. Zwar leider noch eine Beta. Die Final-Version bzw. der Release-Kandidate soll dann gegen Juni kommen. Also 0.6. Und was hat sich geändert? Viele warten schon mit Spannung darauf. Und zwar Dapper Drake soll ja diese unglaublichen grafischen Effekte dabei haben. Mittels XGL und Contus. So schaut es aus. Noch dazu gibt es ein neues Packprogramm. Du meinst ein neues Paketmanager. Ah ja richtig, einen neuen Paketmanager. Das wird ja nicht alles verpackt. Ein paar Sachen müssen auch aufgepackt werden. Und wo wir Paketmanager hören. Früher war man gewohnt, man hat zwei CDs gehabt. Man hat eine CD zur Installation und eine Live-CD gehabt. Das soll sich jetzt ändern. Das ist nämlich sehr von Vorteil. Es gibt nur noch eine Installation. Und man muss dann nicht alle Pakete nachinstallieren. Man kann also auf einmal gleich alles installieren. So sieht es aus. Also wie gesagt, wir freuen uns schon mal. Wir schauen schon mal fort nach vorne. Dapper Drake wird sicher wieder ein cooler, neuer Release. Also wir freuen uns auf Juni. Und sobald er da ist, könnt ihr natürlich auch in unserer Show sehen. Genau, ihr erfahrt sofort bei uns und wir stellen die neuen Features natürlich vor. Microsoft wird Hauptsponsor der World Cyber Games. Richtig. Microsoft, wie gesagt, sponsert die nächsten drei Jahre, hat einen Vertrag für die nächsten drei Jahre abgeschlossen. Und sponsert die World Cyber Games. Die größte oder eins der größten Turniere, also Cyber Game Turniere der Welt. Und ja, sie lassen sich da jetzt nicht wirklich lumpen. Preisgelder von 435.000 US-Dollar hat, also stellt Microsoft da pro Turnier im Endeffekt. Und jetzt gibt es halt natürlich, sie sagen, wir drücken einen Haufen Kohle rein, wir wollen natürlich auch was dafür. Das heißt, sie stellen die Prämisse, dass die ganzen Spiele auf ihrem Betriebssystem laufen müssen. Ich sag mal so, das ist jetzt nichts Besonderes, da das eh die meisten Spiele tun. Von Microsoft selber ist im Endeffekt nur ein Spiel dabei, Project Gotham Racing 3. Aber gut, wie gesagt, das Betriebssystem kommt aus dem Hause Microsoft, wird dort eingesetzt. Und ja. Wer zocken will, muss irgendwann an den World Cyber Games teilnehmen, sonst hat er irgendwie was verpasst. Ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Also ab nach Mozart. Na, schon gezahlt? Hä? Ja, die GEZ-PC-Gebühr kommt ab dem 1. Januar 2007, zumindest ist sie in Planung. Und die GEZ möchte, so wie auf Fernsehgeräte und Radiogeräte, auch pro Monat 17 Euro ungefähr pro internetfähigen PC einleiten. Richtig. Geschenkt bekommen. Ja, wir sind auf jeden Fall der Meinung, das ist nicht okay. Ja, es ist halt so, ich meine für den Fernseher und für das Radio kann man es vielleicht einzeln. Ich meine, die sind nur dafür da, damit fernschauen zu können. Und es ist vor allem auch so, es werden ja wirklich Sender angeboten, wo da richtig Geld kostet, auch Sendungen zu produzieren oder Hörfunk, ganz egal. Es kostet den Leuten wirklich Geld, dass wir da auch so Spaß haben. Gut, das trifft jetzt nicht ganz meinen Geschmack. Aber so ein oder andere finden ZDF und ARD auch ganz toll und dann schauen Sie sich's halt an. Ist auch in Ordnung. Genau. Also die GEZ argumentiert halt so, es ist ja möglich mit einem internetfähigen PC zum Beispiel auf ARD.de zu gehen, sich im Sendungsarchiv irgendwas anzugucken und somit sich praktisch an den Gebühren vorbeizudrücken. Ähm, deswegen sagen sie ja. Also Gebühren müssen auf jeden Fall her. Ähm, wer ich jetzt aber mal auf ARD.de oder ZDF.de war und sich mal durch die Sendungsarchiv geklickt hat, also zum einen, ich hab da noch nie irgendwie gefunden, dass ich da wirklich live mitschauen kann. Also ja. Und wenn ich mir jetzt die großen Sendungen anschau, also die wirklichen Publikumsmagneten, wie zum Beispiel, sagen wir mal, wir hätten das im ZDF, finde ich im Archiv ehrlich gesagt auch nicht. Also deswegen kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wieso ich, auch jetzt vor allem als Geschäftsmann, wieso ich für jeden PC 17 Euro beraten soll. Also wenn man sich das mal hochrechnet, das sind im Jahr 240 Euro oder ein bisschen mehr sogar, da kann ich eine ganze Zeit lang von leben. Und zumal wir ja noch nicht mal nur von privaten PCs reden. Wir reden ja von PCs in Firmen. Man stellt sich jetzt einfach mal ein größeres Unternehmen vor, wo 20 PCs stehen, ist, wenn man die Summe mal hochsummiert, was man dann, was man da an Geld berappen muss, jeden Monat, nur dafür, dass die PCs eigentlich nur da stehen. Und da muss ich mir sagen, okay, das passt nicht. Und es gibt natürlich auch Menschen, die denken so wie wir und die finden es auch nicht cool. Ja, vor allem, ich benutze meinen PC zum Arbeiten, ich benutze meinen PC, um zum Beispiel unsere Show zu schneiden, ich benutze meinen PC, um im Internet zu surfen, aber ich benutze meinen PC sicher nicht, um auf ARD.de oder ZDF.de mir irgendwelche bescheuerten Clips runterzuladen, weil dazu ist mir auch einfach meine Zeit zu schaden und ich habe halt am PC einfach die Möglichkeit zu wählen. Und ich finde, das sollte man auch so belassen. Und wie gesagt, man sollte das nicht einfach an sich vorbeistreifen lassen. Aus diesem Grunde wurde da eine Initiative gegründet oder eine Vereinigung, die Vereinigung der Gebührenzahler, Rundfunkgebührenzahler heißt es, glaube ich. Und eine Informationsseite zur PC-Gebühr gibt es natürlich auch. Natürlich. www.pc-gebühr.de mit UE. Und da findet ihr auch einen Link zu dieser Organisation, ihr findet, was ihr machen könnt, an wen ihr euch wenden könnt. Und weil ich finde, das sollten wir nicht mit uns machen lassen, dass wir jetzt auch noch für so einen Scheiß Geld bezahlen. Die Mozilla Foundation released C-Monkey. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Mozilla hat den C-Monkey released. Einige kennen auch den Vorgänger des C-Monkeys, und zwar die Mozilla Suite. Was kann der C-Monkey? C-Monkey ist ein E-Mail-Client, ein News-Reader, ein Internet-Browser und hat ein eigenes Schreibprogramm integriert. Das ist natürlich toll, weil man braucht keine vier Programme installieren, sondern nur eins und kann alle tollen Mozilla-Eigenschaften eigentlich benutzen. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen gestört hat, war dieser Netscape-Look. Aber es gibt ja immer noch so Verfeiter, die sagen hier, wow, Netscape, go, go. Aber für alle die, die es nicht so toll finden, hat sich Mozilla natürlich gedacht, Mensch, wir geben dem auch einen neuen Skill. Kann man sich auch runterladen? Und es wird auch demnächst Erweiterungen und Plug-Ins auch für den C-Monkey geben. Also auch von der Sicherheit, von der Geschwindigkeit, vom Seitenrendering nichts anderes als der Firefox, basiert auf der Gecko-Engine, sowie der Firefox auch. Genauso wie der E-Mail-Client, natürlich auch auf dem Thunderbird. Auf derselben Engine. Also man hat jetzt eigentlich keine großen Umstellungsschwierigkeiten. Wie gesagt, das ist halt ein Programm und es sieht ein bisschen anders aus. Einfach mal ausprobieren. Dem einen gefällt das besser, dem anderen gefällt das besser. Eben, muss jeder für sich entscheiden. Die letzte News für heute. Google hat den Kalender released. Richtig, in der, sagen wir mal, Messaging-Suite von Google hat Google den sogenannten Kalender auch noch rausgebracht. Was habe ich denn auch schon gesagt? Das ist ein Kalender, webbasiert. Und man kann ihn zusammen mit Gmail benutzen. Ja, wunderschönes Ding. Und wir wollen es natürlich jetzt nicht nur bei dieser kurzen Ansprache dazulassen, sondern es ist wirklich ein toller Kalender. Vor allem, weil es auch nicht Web 2.0-Applikation ist. Genau, und deswegen genau in die Show passt. Aus dem Grund zeigen wir euch ein bisschen mehr zum Google-Kalender. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. So, wie ihr jetzt sehen könnt, befinde ich mich auf unserer Seite. Ich zeige euch deswegen nicht, welchen Browser ich benutze, weil es völlig uninteressant ist. Denn Google-Kalender sowie alle Web 2.0-Anwendungen könnt ihr von jedem x-beliebigen Browser benutzen, solange er ActiveX unterstützt. Ich gehe jetzt auf die Google-Kalender-Seite, und zwar unter der URL und ich bin am Login-Fenster und ich kann mich dann unter meinem Login einwählen mit meinem Passwort. Und ruckzuck sehen wir jetzt, wow, sieht ein bisschen aus wie der Thunderbird, finde ich, wie der Lightning. Aber was der Google-Kalender stark von dem Lightning unterstützt, man kann ihn halt eben überall im Netz, egal wo man ist, von jedem Rechner her abrufen. Gut, was, wofür benutze ich einen Kalender? Natürlich, um Einträge einzutragen. Man sieht hier, ich habe hier einen Kalender schon mal, Tino Tetzel, das ist jetzt mein privater Kalender. Und ich lege jetzt einfach mal irgendwo, egal wo ich möchte, einen Termin an. Heute haben wir Mittwoch. Ich lege hier mal den Termin an, um 1 Uhr morgens. Schlafen, völlig egal, schlafen. Und, ja, da es natürlich eine völlig idiotische Zeit ist, gehe ich mal eine Zeit, die ein bisschen realistischer ist. Und zwar, sagen wir mal, 12 Uhr, Dinner mit Basti. So, jetzt weiß ich Bescheid hier, 12 Uhr liegt automatisch und etwas anderes eine Stunde lang dauert. Und ich kann das jetzt per Drag & Drop ganz normal, kann ich zum Beispiel länger machen. Ich kann aber natürlich auch einfach jetzt, wenn ich sage, oh, das war ja gar nicht am Mittwoch, das war am Donnerstag, kann ich es nehmen und einfach rüberschieben. Wie bei einer Desktop-Anwendung. Ich kann natürlich auch auf dieses Fenster klicken und Edit Event Details machen. Jetzt sehe ich hier, wow, ich kann hier noch viel mehr Sachen einstellen. Und ich sage, okay, das passiert an dem Tag, um diese Uhrzeit, kann ich alles nochmal frei wählen, was ich da einstellen möchte. Ich kann auch sagen, das ist ein Termin, der wiederholt sich einfach jetzt erstmal über Montags von Freitag und beendet. Das letzte Mal kommt es vor, keine Ahnung, also nächste Woche von mir aus. So, ich kann natürlich auch eine Location adden. Munich. Und ich kann natürlich auch noch sagen, hier, lecker essen, als Description, weiß ich Bescheid, alles klar. Gut, das kann ich mir, das merkt sich natürlich als mein Google-Kalender, wenn ich auf Save-Kalender gehe. Gut, das sehe ich hier jetzt nicht, aber wenn ich rein, da hat man gerade gesehen, oh, das hat sich ein zweites geöffnet. Und wenn ich nächste Woche schaue, ist das hier am Montag. Und wenn ich auf die Wochenansicht gehe, sehe ich auch, ja, da ist überall der Termin. Ich kann natürlich die nächsten vier Tage mir anzeigen lassen, ich kann die Agenda, als Agenda mir es anzeigen lassen und ich kann es mir als Monatsansicht anzeigen lassen, was ich auch ganz schön finde. So, ich bevorzuge die Wochenansicht und ich gehe zurück zu der Woche, in der wir uns gerade befinden. Ich möchte vielleicht einen anderen Kalender anlegen, den ich mit meinen Freunden teilen möchte, also sharen. Ich gehe auf My Calendars, auf das Plus und gebe hier ein Freizeitplanung. Dann kann ich hier noch eine Description eingeben, das lasse ich aber jetzt alles einfach mal weg. Ich erzeuge den Kalender und wie wir jetzt sehen, haben wir hier eine andere Farbe. Die Farbe kann ich natürlich auch auswählen. Ich finde grün ist ganz schön, für Freizeit ist eine super Sache. So, wenn ich jetzt hier einen, ich weiß genau, heute spiele ich von 5 bis um 7 Tennis. Dann kann ich hier eingeben, Tennis mit irgendjemand. Und dann wähle ich hier einfach meinen anderen Kalender. Und peng, habe ich hier den Kalender. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, ich weiß, es dauert bis um 7, mache ich es einfach ein bisschen länger. Gut, jetzt wissen wir aber noch nicht, wie wir diesen Kalender auch mit anderen teilen. Dafür gehen wir wieder auf den Kalender. Auf My Calendars. Nein, auf Verdammt. Freizeitplanung. Manage Calendars. Natürlich. Auf Manage Calendars gehen wir. Das war jetzt etwas verplant, aber nicht so schlimm. So, dann kann ich hier auf Share this Kalender gehen und dann kann ich sagen, diesen Kalender möchte ich mit nur mit Free, nur Free Busy Informations oder ich kann alle, die gesamten Informationen sharen. Und wenn ich sage, ja, das möchte ich jetzt machen, dann kann ich hier einfach auf Yes klicken. Gut, ich sage immer, das ist mein Kalender, das interessiert niemanden, deswegen lösche ich das mal wieder. Aber die Möglichkeit bestünde. So, wie wir jetzt gesehen haben, kann man auch wieder ganz einfach auf den Kalender zurückkommen. Man kann hier alles einteilen und man kann natürlich auch schon viele verschiedene Kalender, man kann zum Beispiel auch für eine Familie verschiedene Mitglieder, kann man den Kalender auch mehrere Planungen eingeben, zum Beispiel hier ist nicht mein Name, sondern der Name mit meiner Freundin. oder von irgendjemandem ist. Aber jetzt kommen wir zu dem Allertollsten. Man kann den Kalender nicht nur in dem Google Kalender sich anzeigen lassen, man kann ihn nämlich auch per Einstellungen kann man den Kalender auch in iCal zum Beispiel oder in irgendwelche anderen Web 2.0 Kalender einfügen. Wenn ich hier auf, wie wir hier sehen, iCal, habe ich den Kalender und das ist meine private Adresse, die ist nur für mich, kann ich hier Link-Adresse kopieren machen und wenn ich jetzt auf, wie ihr vorhin schon gesehen habt, www.netvibes.com gehe, sehe ich, das ist schon meine personalisierte, das ist noch nicht meine personalisierte Seite, ich kann mich aber einloggen, gebe ich hier meine E-Mail-Adresse ein, gebe mein Passwort ein und wie wir sehen werden, bin ich jetzt auf meiner personalisierten Seite und wenn ich hier oben schon sehe, habe ich hier meinen Google Kalender, hier sind meine ganzen Daten und dann kann ich einfach auf Editieren gehen und kann hier diese iCal-URL eingeben und dann habe ich ruckzuck auf einen Blick die Sachen drin. Also ich finde, das ist eine super Sache und der Google Kalender ist auf jeden Fall eine spaßige Sache. Viel Spaß beim Auschecken und vielleicht schreibt ihr mir mal eine Mail, wie euch der Google Kalender gefallen hat. tino at digitalupgrade.de Wieder mal habt ihr von mir gesehen, wie ihr einen Kalender bedienen könnt. Ich denke, das hätte auch jeder ohne mich geschafft. Aber er ist inzwischen Profi da drin. Eben, nachdem ich so ultra verplant bin und ohne Kalender überhaupt nicht auskäme, habe ich erst mal den Thunderbird Lightning installiert, dann habe ich im Internet den Google Kalender. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ihn nicht sharen soll, damit alle sehen, wie viel beschäftigt ich bin und wie schwierig es ist, meine Termine zu managen. Auf jeden Fall nehmt ihn her, shared eure Ereignisse, solltet ihr es wollen, wenn nicht, gut, dann behaltet ihr halt eure Ereignisse für euch. Kann natürlich jeder machen, wie er will, das ist ganz klar. Aber jetzt mal weg von dieser Google-Geschichte. Naja, sagen wir mal so, Semi-Google ist es natürlich immer noch. Da Google vor kurzem Rightly es gekauft hat, können wir jetzt natürlich auch nichts dafür, dass das Ganze dann somit noch Google-lastiger wird. Aber Rightly wurde ja ursprünglich von jemand anders erfunden. Und ja, Rightly ist, wie wir schon im Einstieg gesagt haben, eine Office-Suite, sagen wir es mal so, Office-Suite-Lite, das direkt im Browser läuft und hat halt natürlich den großen Vorteil, ich bin irgendwo bei einem Freund, ich bin irgendwo im Internet-Café oder irgendwas, ich kann trotzdem einen Brief schreiben, ich kann trotzdem Notizen aufnehmen, ich kann das benutzen, so wie ich es zu Hause benutzen würde. Sobald ich wieder daheim bin, kann ich mich wieder einloggen und das Ganze hernehmen, ich kann meine ganzen Dokumente mit Freunden sharen und ja, von daher ist Rightly einfach super. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, klar. Und da sind wir auch schon im Browser und los geht's zu Rightly. Finden wir mal hinter www.rightly.com Und wir müssen uns erst mal anmelden. Wenn wir noch keinen Benutzernamen haben, könnten wir uns hier direkt einen Benutzernamen besorgen. Das ist kostenlos und es geht auch schon los. Ich logge mich ein. Und ich bin drin. Noch sehe ich hier nichts. Wenn ich auf All Documents klicke, sehe ich auch nichts, da ich noch keine Dokumente angelegt habe. Ich kann, wenn ich möchte, hier direkt ein Dokument anlegen, indem ich oben auf New klicke. So. Dem gebe ich den Namen. Test 1. Und jetzt wird mir noch gefragt, Add Collaborators. Möchte ich das? Möchte ich das nicht. Collaborators bedeutet, das sind Personen, die in diesem Dokument mitarbeiten können. Also, wenn ich jetzt dieses Dokument nicht alleine bearbeiten möchte, sondern zusammen im Team mit anderen Leuten, gehe ich hier auf Yes, trage deren E-Mail-Adressen ein und bekommen die eine E-Mail, dass sie sich entweder registrieren sollen bei Rightly oder sich einloggen sollen und dann können sie ohne Probleme an diesem Dokument mitarbeiten, weil ich ihnen das Recht dazu gegeben habe. Ich möchte das in dem Fall nicht. Ich sage OK. Das Dokument wird angelegt und auch gleich geöffnet. Hier sehen wir es schon. Sieht aus wie in jeder normalen Textverarbeitung auch. Ich kann hier auch einfach Texte eingeben. Ich kann die Texte anders farbig machen. Ich kann sie fett und unterstrichen machen. Ja, ich könnte Aufzählungen damit erstellen, wie ich es aus Word oder OpenOffice gewohnt bin. Außerdem lässt sich natürlich auch die Schriftart ändern. und der Stil. Sonst bietet Rightly auch einige Funktionen, um zum Beispiel Bilder einzufügen, Links zu setzen oder Tabellen zu erzeugen. Ich könnte das Ganze jetzt speichern oder mir als Datei exportieren. Zum Beispiel könnte ich mir eine Wörterteile erzeugen, die ich dann auch lokal im normalen Word öffnen könnte. Oder, was ein besonderer Clou ist, ich kann dieses Dokument als RSS-Feed öffnen und das in dem RSS-Reader abonnieren und wenn irgendwas scannert wird von mir oder von anderen, sehe ich das sofort im RSS-Reader. So, ich bin hier fertig, sage Done und das Dokument wird gespeichert. es gibt außerdem die Möglichkeit Uploads zu machen. Das heißt, ich suche mir eine Datei raus, die ich schon erstellt habe, zum Beispiel in OpenOffice wie hier und sage, die heißt jetzt Test 2. Gehe auf Upload, Detail wird hochgeladen und ich sehe hier Test 2, wird auch gleich geöffnet und ich sehe schon, die Formatierung ist exakt identisch wie vorher in OpenOffice. Also ich brauche mir keine Gedanken machen, dass meine Formatierung flöten geht, nein, selbst das Bild ist an derselben Stelle und das Bild ist noch eingebettet. Das heißt, ich könnte mir jetzt zu Hause meine ganzen Dokumente, die ich gemacht habe, hochladen und das Ganze auch unterwegs, zum Beispiel im Internetcafé oder in der Arbeit bearbeiten, ohne jedes Mal ein extra Programm starten zu müssen oder mir Gedanken machen zu müssen. Ich habe hier was da auf dem Mac zum Beispiel erstellt, funktioniert das nachher auf meinem Windows-Rechner auch, weil, wie ich hier sehen kann, in Writely funktioniert es. So, ich bin damit fertig, ich sage Done und jetzt sage ich, dieser Artikel ist so toll, ich möchte ihn zwar nicht öffnen, was ich aus Versehen gemacht habe, sondern ich möchte zum Beispiel diesen auch mit anderen Leuten wieder teilen. Dazu könnte ich auch auf Collaborate gehen und wieder E-Mail-Adressen eintragen und ja, die Linken, die ich eingetragen habe, würden das dann per E-Mail auch bekommen. Ich kann den Text auch publishen, also veröffentlichen. Das heißt, ich gehe auf Publish und habe jetzt die Möglichkeit, über einen bestimmten Link die Seite wie ein HTML-Dokument anzusehen oder auch von anderen einsehbar zu machen. Ich gehe hier auf Publish Document, Let anyone see it. Ich kann natürlich auch wieder bestimmte Personen nur am Auswählen, die das Dokument ansehen können. Der Unterschied zur Collaboration ist, dass hier die Leute, die das Dokument ansehen, es wirklich nur ansehen können. Ich möchte, dass jeder es sehen kann. Ich meine, das ist ein toller Artikel. Ich sage OK. Und unter dieser URL, die oben eingeblendet wird, ist das Dokument ab sofort zu finden. Könnte ich jetzt per E-Mail verschicken und jeder könnte es sich ansehen. Es gibt allerdings noch ein paar weitere Möglichkeiten. Ich könnte einen Blog daraus machen. Ich könnte dieses jetzt in meine Blog-Site einfügen. Rightly bietet mir da eine Möglichkeit, bei Blogspot meinen eigenen Blog zu veröffentlichen und diesen mit Rightly zu bearbeiten. Gerade für Blogger, die sich keine eigene Blog-Software installieren wollen und die vielleicht mit Blogger oder Ähnlichem nicht zufrieden sind, eine sehr angenehme und sehr mächtige Möglichkeit, ihren Blog zu bearbeiten. So, ich sage jetzt hier Post the Blog. Könnt ihr jetzt hier meinen Blog-Hoster aussuchen, zum Beispiel blogger.com. Gebt dann meinen Usernamen ein und das Ganze wird ihr hochgeladen. Alternativ kann ich es auch auf meinen eigenen Web-Server laden. Wenn ich da Blogger oder Meta-Blog oder Movable-Type am Laufen habe, dann könnte ich das hier auch nutzen. Ich möchte das allerdings nicht machen. schließe das deswegen wieder. Wenn ich jetzt sage, okay, dieser Artikel ist ganz toll, könnte ich ein Starren, also mit einem Sternchen versehen. Das heißt, ich sehe hier schon, das Sternchen ist gelb im Gegensatz zu so blass. Wenn ich jetzt hier auf Start Dokuments gehe, wird mir dieser Test 2 angezeigt. Außerdem kann ich meinen Dokumenten auch Tags verpassen. Ich sage Tag, sage New Tag und jetzt schreibe ich zum Beispiel Klickbetrüger rein. Und jetzt finde ich unter Tag Documents Klickbetrüger das Ganze. Ich kann mehrere Tags in ein Dokument einfügen und habe dann im Endeffekt somit eine Art Kategorienansicht und der Vorteil ist, ein Dokument kann in mehreren Kategorien gleichzeitig sein. Das heißt, man muss nicht irgendwelche Ordnerstrukturen pflegen, sondern man tagt sich das Ganze und findet es nachher auf jeden Fall ganz easy wieder. Eine weitere coole Funktion ist E-Mail In. Ich bekomme von Rightly eine E-Mail-Adresse, diese sehr merkwürdige E-Mail-Adresse und wenn ich an diese E-Mail-Adresse eine Datei schicke, finde ich die nachher in meinem Rightly. Ja, das war es eigentlich schon, was man zu Rightly wissen sollte. Ich würde euch empfehlen, probiert es mal aus. Es lohnt sich auf jeden Fall einfach www.rightly.com Loggt euch mal ein und schaut mal, was ihr damit alles machen könnt. Es ist auf jeden Fall dafür, dass es umsonst ist, sehr mächtig und bietet einem überall, wo man ist, die nötigsten Office-Funktionen, die man so braucht. Soviel zum Thema Office Suite im Web Rightly. Probiert es aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir haben euch ja versprochen, wir machen another Show, another Firefox-Plugin. So ist es. Und was haben wir heute vorbereitet? Ja, diesmal haben wir für euch vorbereitet FlashGod und wer es nicht kennt, FlashGod ist recht weit oben in der Extension-List und es ist ein tolles Tool, da ist verschiedene Download-Manager in den Firefox perfekt integriert. Genau, funktioniert nicht nur auf Windows oder auf nur einer Plattform, es funktioniert auf Windows, macOS und Linux. Man kann sich die verschiedenen Download-Manager, die vorhanden sind, einklinken praktisch in sein System und man kann somit große Dateien einfach herunterladen. Probiert es mal aus, wir zeigen es euch gleich mal und ich würde sagen, los geht's. Besonders User des Internet Explorer werden die nahtlose Integrierung von externen Download-Managern in den Browser bei Firefox anfangs schmerzlich vermissen. Aber auch alle anderen werden verstellen, dass es von Haus aus nicht besonders angenehm ist, Download-Manager mit dem Firefox zusammen zu benutzen. Das hat sich auch ein Entwickler gedacht und hat eine Erweiterung für den Firefox geschrieben, die sich Flashcode nennt. Die können wir direkt mal herunterladen und dann zeige ich euch auch direkt, wie das funktioniert. Tolle Sache. Wir gehen auf die Add-On-Seite von Mozilla und wenn diese geladen ist, was ab und zu etwas dauert, sehen wir direkt bei den Top-Extension Flashcode. Klicken wir an, sagen Install Now und wir installieren. Runtergeladen und Flashcode wird beim nächsten Start von Firefox installiert. Das heißt natürlich, wir schließen Firefox, zack, und starten ihn neu. Flashcode läuft auf Windows, Linux und macOS. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Download-Manager für die verschiedenen Systeme, die Flashcode bedienen kann. Beim Start von Firefox nach der Installation von Flashcode dauert es ein wenig, weil noch ein paar Skripts laufen müssen, aber auch nicht allzu lang und schon sind wir wieder dabei. Jetzt gehen wir ab in die Optionen. Natürlich von Firefox. Ist noch nicht so weit. Das ist schön. Jetzt. Vielleicht sollte man auch den Fokus auf das Fenster legen. Und wir gehen in die Einstellung von Flashcode. Und wir sehen schon, Flashcode hat erkannt. Ich habe iGetter auf meinem System. Es gibt auch etliche andere Download-Manager, wie man sehen kann. Die Liste geht nach unten noch einiges weiter, aber dazu ist die Bildschirmauflösung einfach zu klein. Ich denke, jeder halbwegs bekannte Download-Manager ist hier vertreten. Wir sehen auch hier KDE-K-GET oder Gnome-G-W-GET für Linux sind dabei. Oder Curl. Und Curl ist sowieso für jede Plattform erhältlich. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem. Flashcode und einen Download-Manager benutzen, egal auf welchem System. Wir sehen hier unten schon die Tastenkombinationen, mit denen man einen Download mit Flashcode initiieren kann. In dem Fall Alt und Klick. Das werden wir gleich mal probieren. Ich sage OK. Schließe das hier und gehe auf unsere Seite. Gehe ab in die Shows. Und ich sage mir auch, ja, hier, ich lade mir die Opfero-Show runter. Klicke Alt und Klick. Wir sehen, wir sehen jetzt unten im Doc sehen, es geht ein kleines Skript auf und der eigene Kette öffnet sich. Nachdem es nur eine Demo-Version ist, da ich bei meiner Verbindung eigentlich keinen Download-Manager unbedingt benötige, habe ich mir keinen gekauft. So, da ist der iGetter auch schon geladen. Wir sehen ihn hier und ja, ich könnte, wenn ich jetzt noch Start der Auto markiere, sehen wir schon, zack, es geht sofort los und er fängt an zu laden und es ging automatisch der Download-Manager auf, ohne dass wir irgendwelche URLs kopieren mussten oder manuell den Download-Manager starten, sondern FlashCode gibt die URL des zu downloaden Files direkt weiter und besonders für jemanden mit keiner so schnellen Internetverbindung ist oder mit einer unstabilen Internetverbindung ist ein Download-Manager natürlich wunderbar, da man so abgebrochene Downloads oder wenn die Verbindung abreißt, einfach wieder aufnehmen kann und dass man sich Gedanken machen muss. So, der Download ist fertig, dieses Auto ist auch fertig, da es eigentlich nicht viel mehr dazu sagen zu gibt, es auf jeder Plattform gleich funktioniert und ihr das einfach mal ausprobieren solltet. Also, viel Spaß beim FlashCode. Das war's diese Woche vom Firefox, aber nicht nur vom Firefox, sondern wir sind auch schon am Ende unserer Show. Ich weine, wir kommen auch nächste Woche wieder und das ist diesmal keine Drohung, sondern wieder mal eine Vorhersage oder ein Versprechen. Auf jeden Fall wollten wir, bevor wir uns ganz abdanken oder ehe der Vollmond aufgeht, uns wieder ins Nerd verwandeln, wollte ich noch sagen, geht auf unsere Homepage www.digitalupgrade.de Genau, dort haben wir auf der rechten Spalte eine Umfrage angerichtet, weil wir gerne wissen würden, woher ihr uns gefunden habt und so wie ihr uns gefunden habt. Es gibt verschiedene Antworten, solltet ihr irgendwas nicht, sondern ihr seid der Meinung, hey, das sollten die Jungs aber wissen, dann geht unser Gästebuch, rechts oben steht ein Link, da steht Gästebuch drauf, einfach mal aufklicken, könnt ihr auch einfach so machen, wenn ihr sagt, hey, den Affen will ich so schon lang mal die Meinung kriegen, hab ins Gästebuch, leicht zu schreiben und wie gesagt, wenn ihr halt noch was habt, hey, ich bin von da und da auf euch gestoßen, was ihr noch gar nicht überhaupt berücksichtigt habt, schreibt uns auch mal rein, interessiert uns halt auf jeden Fall, weil, ja, wir würden natürlich schon gerne wissen, woher man uns kennt. Ja, und das war's. Genau, das gehen wir. Bis nächste Woche. Ciao. Sogar in Japan. Genau, wir haben einen Zuschauer sogar in Japan. Also wir haben wirklich Zuschauer aus der ganzen Welt inzwischen, das macht uns natürlich schon irgendwie froh, dass wir jetzt nicht nur wirklich hier so ein regionaler Batzen sind. Also, wäre toll, wenn alle... Sonst hätten wir ja gleich bei TV München ausstrahlen können. Hm? Was? Zensur. Auf jeden Fall haben wir uns für die nächste Show. Das ist ein bisschen Professionalität. Wir können doch hier nicht über TV München herziehen. Aber hallo. Also wenn ich über den Fernseher herziehen darf, dann auf jeden Fall TV München. Wir haben den neuen Live, hallo. Bitte. Der neue Live ist aber kein regionaler Sender, Mensch, der wird überregional ausgestrahlt. Ich habe, der ist unterdurchschnittlich. Ja, aber ich kenne ihn, der die... Okay, wir fangen nochmal. Ach, scheiße, nochmal. Nicht lachen, es wäre so super gewesen. Die hat hier einfach weggefallen. Ich konnte aber nicht. Ich konnte aber nicht. Und... Ah, erstmal Respekt und vielen Dank, dass ihr schon so lange durchgehalten habt. Ja, und ich bin der Tino. Echt? 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 Langsam muss ich noch sitzen. Falsch dann einfach so. Ja, und ich bin der Tino. Und riecht euch recht herzlich. Sie? Ich bin der Tino. Wie gesagt, die fünfte Show und... Wo ist denn der fünfte Finger? Ja, so viel zum Thema Google Pages, mit dem man virtuelle Welten kreieren kann. Ja, ich würde sagen... Es geht. Es geht nicht. Okay. So viel zum Thema Office Suite im Netz. Also, rightly. Und wir haben euch ja schon versprochen und wir haben das ja auch von Anfang gesagt. Wir haben unsere... unser Lachgasattracke direkt und der Tino ist die zweite herausgefahren. Ja, ja... Das ist richtig cool. Geh, uhl. Geh, uhl. Und dann... Das war's für diese Woche von Firefox. Aber nicht nur von Firefox war's. Wir sind auch schon am Ende. Leider. Nicht weichnen. Ist nicht so schlimm. Aber wir drohen euch nicht. Wir versprechen es euch. Wir kommen auch nächste Woche wieder. Mit einem neuen Thema, das wir aufbereitet haben. Aber bevor wir uns ganz verabschieden oder beziehungsweise bevor wir in der Verdank... im Boden verdanken... Verdampfen! Verpuffen! Bevor wir uns wieder in Nerds verwandeln. Bevor der Vollmutter rauskommt, wenn wir uns wieder in Nerds verwandeln. Das ist geil, den bringen wir. Ah. Scheisse. Google kann im Welt yalichen Mondkalender drin haben. Das weißt du nicht. Nönd. Nöns. Jage. Die Haare hat als Das vorhin so und dann... Wir versuchen jetzt eine Brille. PIN!